herzlich willkommen zurück in der desaster jetzt einer weiteren folge darkswood 2 scholar of the first sin wie wir sehen können vielleicht sind wir auf dem weg zum schloss aldia wo es heute dann weitergeht in unserem netz rasch uralte also mistseele und ich sterbe gerade gegen den hippo das ist nicht so gut so kann ich kein ding kein ding ich hoffe nur der verfolgt mich jetzt nicht ich glaube aber nicht ich glaube da kommt ihr gar nicht hoch andernfalls wäre ich ziemlich um arsch gewesen ich habe wirklich keine dusch genie zu ändern müsst ihr nicht eigentlich ein gegner stehen nach mir auch egal jedenfalls geht es jetzt hier weiter und wir müssen eigentlich nur die zum uralten drachen und dort dass das in eschen mist hart zu holen habe vergessen wie es auf deutsch heißt und damit können wir dann im nebelturm in die erinnerung von sir alan und besiegen und das müssen wir machen um nur um ein schmelzer kalt zu bekommen und diesen einen schmelzer kalt brauchen wir wiederum um das letzte action idol zu zerstören oder die letzten wir haben noch nicht alle zerstört muss ich auch noch machen aber jedenfalls ist das das ziel dieser session hier und wer weiß vielleicht wenn man richtig gut drauf sondern richtig schnell unterwegs sind dann können wir das in der session hier beenden aber natürlich muss dafür erstmal alles gut laufen wie wir da so zwei kennen besonders auf der letzten session wissen wir alle ganz genau das ist eben eher selten gut läuft sowohl ist der invader da ist auch schon moment ich bin gleich wie ich da so ich hoffe du magst winzernis ich habe nämlich sehr sehr viel davon aha er hat geblockt geblockt das war nicht klug das war ganz und gar nicht klug das war klug das ist auch klug ist sich zu heilen während jemand auf einen schießt sorry kumpel da brauchst du da musst du ein bisschen mehr respekt zeigen wenn du uns besiegen willst so der liegt hier nur der tut dann nichts ich könnte eigentlich ein duftzeug benutzen nur um da durchzugehen aber das will ich gar nicht weil dann hätte ich ein hippo an der pelle jedes mal wenn ich hier vorbei will was so viel schneller ist das ist gar nicht für mich das eigentlich nur so eine falle muss ich gegen den kämpfen ich glaube nicht es macht sinn gegen zu kämpfen aber ach du tut mir auch gar nicht so sendet nettes froggie ich glaube es ist vorgesehen dass der optional ist so hier möchte ich aber licht haben das ist mir echt lieber hier das hat eigentlich keinen sinn man bekommt dadurch nichts oder so da kann irgendwo rein oder so aber ich will einfach licht hier drin haben ich mag das nicht das ist sowieso nicht gerade mein lieblingsort und ich will nicht wissen was für ich meine guck gleich hier mal um was ist das mit dieser zelle und so ich will nicht wissen was für kranke experimente die hier gemacht haben und ja die haben kranke experimente gemacht wir wissen nur nicht welche ich gab es ein paar der dinge werden sogar erwähnt so einem nebensatz man kann sich das zusammen reiben worum es sich da drehte aber es gab auf jeden fall mehrere so der wird mir noch nichts tun der da wird mir was tun so jetzt müssen wir gucken wie wir an dem vorbeikommen das ist die schmuck jetzt kommt ja nicht noch einer oder ist das erst schon ich glaube es ist erst hier hinter ja dadurch da war darf ich kurz danke so drachenzeit das west irgendwo ich habe keine gesehen so du kriegst erst mal hier auf die fresse wo ich sollte auf meine ausdauer achten auch schon gegen den mich jetzt auch nicht sehr bewandert für mich ist bisher eigentlich auch karten ihnen schwerer was weit gewesen und ich habe schon wieder nicht um eine ausdauer geachtet gut dass ich garantieren habe hat mich getroffen aber es hat nicht so viel schaden gemacht wenn du so eine in dem week hitbox sag ich mal gucken wo wir dahin okay und dann haut einfach wieder ab ratte ich sollte nicht stehen bleiben obwohl solange da hinten ist ist das ziemlich egal anfangs dachte ich es ganz gut unter dem zu stehen tut es nicht gut das ist gut dass da jetzt der flügel runter kam das ist mir sehr geholfen auch das ist schlecht das ist schlecht auch gerettet genau vorher wenn ich hier auf deinem bein einpacken das wieder nicht es sollte mich rein können ohne dass der mich kaputt haut hätte er aber beinahe so diesmal bin ich extra safe es keinen bock gegen ihn zu verrecken das recht wenn ich nicht sehen kann was er macht ich mag ich hasse das ist einer der gründe warum ich hasse gegen riesenfürst zu kämpfen einfach weil ich nicht sehen kann was er macht ich hier sehe ja treffe ich den so nicht wirklich da bleibe ich dann auch nicht stehen ich glaube das war recht knapp wir haben es nur nicht sehen können kommt er runter ja er kommt runter und den jetzt müsste ich ihn eigentlich kaputt hauen können oh wenn man ihn treffen würde komm schon yes aber merkt ihr das letzte mal als wir gegen ihn gekämpft haben das war ja auch new game plus der hat deutlich weniger eingesteckt aber deutlich weniger also ich dachte eigentlich zwischen nur geben nur geben plus der unterschied zum größten aber plus zwei nicht zu unterschätzen nicht zu unterschätzen auf keinen fall so das sollte ich schon mitnehmen braucht man für ein alt man kann sich denken welchen ich meine werden die nicht machen nicht im display aber falls es irgendwann man machen will wird das gut wenn ich den habe ich glaube am nächsten deutschfall da will ich wieder zurück eine seele ploppen und dann level ab machen weil ich brauche 178.000 so um die 180 und ich habe 163.000 es wäre einfach bitter das zu verlieren weil man so kurz davor ist ich brauche nur ein oder zwei eine von den großen sehen wenn ich noch welche davon habe die sollten reichen ich vergesse immer wie die heißen welche welche ist für mich sind das einfach die 20.000 da ich merke mir nie wie die heißen ich merke mir nur was die wie viel die bringen so mit der welche mal reden um sie zu dispawn ich glaube die dispawn auch so irgendwann aber egal so einmal nach hause bitte glücklicherweise ist der drachenhorst jetzt rein optional das heißt wenn wir zurückkommen machen wir einfach gehen wir einfach nach oben schwingen dann im seil machen wir einen auf indiana jones und dann war es das auch schon aber drachenschrein wird interessant ich glaube ich glaube der wird mich jetzt nur mal richtig abwacken aber richtig habe ich so ein gefühl genau seelen ist selten das ist es ist eigentlich das was man sich am leichtesten merken kann aber es ist keine 20.000 oder die habe ich nicht mehr ich glaube seelen ist die gedären helden die 20.000 geben ich glaube so heißen die so ich brauche noch etwa 4000 dann ist das eine 5000 oder das müsste reichen oder nie ist es eine 8000 die gab es ja auch die habe ich voll vergessen egal wieso muss ja eigentlich extra aufstehen nur mit uns zu reden das verstehe ich nicht ganz so was machen wir denn jetzt ist wahrscheinlich letztes vorletztes level ab stärke und das hat ich gesagt hier belastung belastung mit kann machen ein bisschen mehr ausdauer ach quatsch ausdauer schon ein bisschen mehr belastung ein bisschen mehr tp es wird wahrscheinlich nicht reichen aber egal in konstitution war dann vielleicht beim nächsten mal noch mal vitalität wenn es soweit überhaupt noch kommt mal gucken den kann ich sowieso immer ausziehen na kursa was machst du bist du gerade irgendwie ein bisschen zueinander gekommen gucken reicht nicht ja jetzt im nur game plus zwei will ich wirklich einfach nur den hartstahl ring behalten und nicht irgendwie versuchen hier im ring der klingen mehr schaden zu machen oder so schaden ist wichtig aber auf nur game plus machen die gegner einfach so abnormal viel damage besonders bei sir alan der ja wirklich verdammt schnell ist da bin ich will ich echt lieber die defense haben einfach die chance minimieren dass mich irgendwas one hittet so drachenhorst ich spiele mit dem gedanken das leuchtfeuer im drachenschrein zu skippen einfach nur damit ich nicht mit alter reden muss weil der mich nervt weil es so lange braucht aber ja hier kann ich sehr 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 oft sterben und das wäre dann dumm wenn ich da nicht das leuchtfeuer hätte müsste ich das jedes mal machen ich weiß es nicht weit aber auf dauer kann das dann doch ganz schön abfacken vor allen dingen hier die brücke ist dauert einfach ewigkeit man nicht einfach so drüber sprinten kann und außerdem ist es dann leicht wieder zurück zu kommen so hoff du kannst es mal lassen weiß wie scheiße wie das tut besonders mit so feuer da ist wieder die kartoffel guckt ihr euch an ist der nicht süß dieses wurzelteil die kartoffel nein ich sag einfach nur nein ich weiß nicht worum es geht aber nein so kurz hinsetzen und ab dafür so jetzt hoffen einfach hoffen so jemals weit außen nicht die chance geben getroffen zu werden auf denen hier einfach zu rennen dann einfach an der satt vorbei treppe hoch hier lang ausdauer wieder herstellen gucken dass der typ hier rüber kommt dann schnell drumherum und die tür auf ha you missed me so und jetzt wird es richtig schwer rennen 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 aber wie gesagt ich mach das gerne komm her ausgetrickst lass mich vorbei weg da jetzt nein oh nein ach warum musstest du das tun das sollte ich doch versuchen den noch mitzunehmen und einfach hoffen dass die welle weit genug ist mir die anderen auch noch nieder zu schlagen ich habe eigentlich gehofft ich hätte noch genug ausdauer übrig dass ich wegrollen kann aber hatte ich leider nicht leider nicht so schnell ist meine ausdauerregeneration dann auch nicht ja das ist genau das was gemeint hatte deswegen wollte ich auch gerade die seelen unbedingt ausgeben weil es war fast schon klar dass ich es verrecke in scroller of the first 10 ist dieser ort wirklich einfach eine scheiße ja genau genau scheiße ist der richtige ausdruck ich kann mir jetzt zeit lassen aber dann würde ich nur wieder gegen diese ganzen viecher kämpfen müssen und es ist schier unmöglich alleine also muss man schon wahnsinnig gut sein sich mit denen allen anliegen zu können dann ist auch eigentlich nicht vorgesehen deswegen ich weiß nicht ob das nur mir so geht oder ob ich irgendwas missachte was man eigentlich tun soll keine ahnung sie sind jetzt geht er direkt schon auf mich los blöder sack so die kann ich eigentlich da liegen lassen ich habe ja eh keine sehen so was soll wieder herstellen bisschen laufen den typen kommen lassen gut lass mich in ruhe ich will nichts getan ich will doch einfach nur mit dem scheiß drachen reden gut dass die hier nicht alle direkt auf einen los gehen sondern nur der da ouch ok versuchen wir das mal einfach bis so nah wie möglich einfach so klatsch ja die rennen rein hoffentlich kommt jetzt schnell genug an den vorbei äh nicht wirklich aber ich hab gut reagiert ich hab gut reagiert so gib mir das scheiß Dingens ja was traut euch nicht was und weißt du wisst ihr was ich kann mich einfach weg porten hahaha was macht der jetzt hat nur drei versuche gedauert kann so sagen jetzt sind wenn ich wieder back on track das können wir wieder zurück in den nebelturm zum schmelzer thron ich würde dann wirklich erst ganz zum schluss machen wollen den bosskampf weil ein bosskampf am ende eines let's place oder so finde ich das muss einfach sein aber leider kann ich das so oder so nicht weil dann muss ich noch den den keil holen und die die dinger zerstören und dafür muss ich in die anderen bereiche hier und dann muss sowieso noch zu straight und das da eintauschen also es ist sowieso antiken ein teil climax und deswegen aber ich glaube noch machen wir das nicht lass mich kurz überlegen wie viele habe ich wie viele von den dingern habe ich das ist schon der letzte au ja stimmt stimmt okay dann weiß ich auch welcher fehlt gut dann müssen wir jetzt hier rein was kann schon schiefgehen jetzt wird es aber noch mal richtig interessant weil das letzte meint sich gegen gekämpft habe hatte ich ja andere waffen eine andere ausstattung und diesmal geht es hier mit mit großschwert und stab gegen den den stadt wird wahrscheinlich niemals verwenden können außer vielleicht vor dem kampf wenn ich schaffe mich vorher zu waffen das sollte funktionieren ich glaube da war ich für mich selbst wenn ich jetzt durch rennen sollte ich erinnere mich gar nicht mal dran das war der beste weg in mir durchzukommen den typen erst mal kommen lassen und die fresse hauen würde ich mal sagen ja funktioniert gut so da sind diese scheiß luchis ich habe einen übersehen oh shit oh shit ich kenne mich schon gar nicht mehr aus das ist der hammer 0 0 ich weiß nicht mehr wo die anderen her kam ich war der eine der säule das wusste ich noch aber die anderen zwei gut einer steht ein bisschen weiter vorne und der andere steht glaube ich in so einem von diesen seiten ging oder so weiß ich jetzt nicht mehr das wird mega mega lustig hier aber ja auf den kampf wenn wir überhaupt mal da hinkommen da ging es ja allein mich mal sehr gespannt weil das letzte mal eine wirklich schnelle waffe und ja diesmal haben wir das ist zwar auch nicht gerade langsam es gibt deutlich langsamere waffen aber es ist immerhin noch ein großschwert und ja das dauert ein bisschen komm komm her oh god oh god ich bin mir zu sicher dass ob ich zu rennt dann halt so äh nein wo ist mein erstes da die frage ist wie viel erstes brauche ich nur um bis nach vorne hinzukommen ach da stehen rein hinter der anderen säule aber den kann ich anvisieren hahaha ok jetzt kommt er mir ein bisschen zu nah so kann ich den anderen auch anvisieren und das ist jetzt zu weit ja ich glaube der ist zu weit weg gut dann müssen wir jetzt an unserem freund durch die vorbei so da ist der letzte oh ey da ist ja noch einer wo kommt der her jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein richtiges problem trifft mich nicht natürlich trifft er mich ich weiß gar nicht wie man hier schnell durchkommen soll ich habe keine ahnung vielleicht müssen wir es mal probieren jetzt sollten wir es einfach mal probieren auf so jolo so wats einfach aber das problem ist halt die sind viel viel schneller als ich deswegen ich glaube das funktioniert nicht so gut ich glaube ich probiere es trotzdem mal vielleicht schaffe ich es indem ich einfach ein bisschen mit den säulen spiele aber es gibt Listener durchsicht er würde ich einfach ab fackeln der wird mich einfach abknallen weil ich weiß noch das ich da einmal gewartet hab so kommen wir lelelelelelelele es hier einfach gerade bleiben vielleicht hier gerade ein bisschen ausdauer auffüllen ouch aber es ist gut dass ich schiessen könnte mir hierdurch oh wir ich werde es ging so lange wahrscheinlich sowieso nicht gewinnen können weil ich habe noch nicht mehr voller hp ouch war hallo ich wusste gar nicht dass er mich treffen kann okay aber das erste mal dadurch zu retten hat eigentlich gar nicht so schlecht funktioniert einfach in der mitte durch dann kurz richtig moment abpassen ausdauer aufladen um den nächsten drumherum in der zeit schießt er durch sie dann kann ich einfach rechts halten und hoffentlich wird man nicht getroffen und da können einfach durch rennen in den zweiten teil ich weiß jetzt ich habe jetzt nicht darauf geachtet ob ich mir hinterher rennen oder nicht aber den zweiten teil kann vielleicht einfach ein bisschen gechillter angehen aber das jetzt noch so ein schwarz phantom steht ich glaube der war im letzten mal nicht da ich glaube nicht was wir wollen dass wir wohl dass die ruhe dass die ruhe der witte schießen ich habe die anderen treffen kann ich komme danach nicht so aus ich habe ein erst mit runter gefallen aber ich habe mich nicht zu verfolgen okay gut zu wissen gut zu wissen dann geht es jetzt darum die penner hier zu massakrieren wo den interessiert das gar nicht aber das interessiert den und wie das den interessiert okay ich ganz so wie ich das wollte aber es hat funktioniert von daher so jetzt kommen diese scheiß schützen so ein shit der kommt angerannt das ist das finde ich gar nicht so schlecht einfach den hier machen und der ist tot und der schießt auf mich blöder sack ne das schaffst du nicht wo steht das noch einer ich hatte jetzt angst dass der andere auf mich schießt und dann haut er mir einfach eine runter das ist okay es ist okay jetzt kommt er auch sagt 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 und das fällt natürlich runter wenn er mich jetzt unter dem hinter dem die hier trifft ne ich habe so eine rein kann ich mir das nehmen ohne dass du mich erschießt ja weißt du was nö obwohl der wird mich bestimmt bis dahinten hin verfolgen der wird mich bestimmt bis hier unten hin verfolgen shit boah dem interessiert das nicht mal aber irgendwie macht er nichts lucky so ich wollte mich jetzt nicht einfach durchrennen weil ich mich hier noch ein bisschen vorbereiten muss so vielleicht nutze ich jetzt einfach hier so ein rechte zeit habe wie so ein dingens auch wie schön das klappert so und jetzt werden wir sterben das ist dann das ende der episode garantiert wenn ich jetzt das erste Mal schaffe dann wäre ich so stolz auf mich ouch und ich treff den nicht mal meine fresse shit ich schwöre ich bin gerollt jetzt bin ich tot ja scheiße ich habe eigentlich gedacht das schlägt so noch häufiger zu kleiner fun fact den ich auch nicht wusste wenn man es schafft sir alan zu besiegen ohne getroffen zu werden ohne schaden zu nehmen dann macht er eine spezielle animation in die man einfach mal seppuku begeht wenn er dann wirklich keine hp mehr hat dann und hat sich nicht einmal getroffen dann nimmt er wohl sein schwert und schlitzt sich selber auf sehr interessant finde ich das wirklich sehr interessant tja werden wir aber wahrscheinlich nicht zu gesicht bekommen und in der nächsten episode werden wir dann aber weiterhin versuchen sir alan zu besiegen ich meine wir müssen ihn besiegen um hier weiter voranzukommen und wirklich die letzte verdammte pyromantie im gesamten spiel zu bekommen und platin das muss einfach sein das werden wir auch schaffen wir haben es einmal geschafft wir werden ihn nochmal besiegen und ja das war jetzt ich weiß noch das erste mal war auch ein großes problem herauszufinden wo kann ich mich heilen aber das kriegen wir raus wir werden ihn besiegen und ihr dürft live dabei sein also nicht live aber ihr wisst was ich meine und damit bis zum nächsten mal und hoffentlich hoffentlich wird alonne dann im boden versinken hmm hmm